Okay! Kulomai, warte! Wie kriege ich dann meine Waffe wieder selber? Die ist ja blutverschmiert! Ja! Ist der bekloppt? Was hat der hier gemacht? Wird er mich verarschen? Was macht der? Ihr habt hier nichts verloren! Okay, okay! Geh doch endlich da rein! Okay! Er ist reingegangen in die Salzwassergrotte! Julianos ist er! Warte gullomai, ich hole dich! Was ist das alles? Haha! Ah! Okay, ist er Zweihänder! Geh down! Und... Pennerin! Okay! Ganz ruhig bleiben! Schatz, Magie hier oben! Kaiserlicher Schild! Dann gehören wir mal zu den Favoriten! Da brauche ich hier Magie! Schreie und erbittliche Macht nach vorne! Oh nein! Mondstall ist wert und kaiserlich erfüllt! Machen wir es mal so! Achten! Wir haben die Fackeln mitgenommen! Wir haben die Fackeln mitgenommen! F**k ja! F**k ja! Wir haben die Felschule! F**k ja! F**k ja! F**k ja! F**k ja! Ehm, deine! F*** ihr! Ähm... Also... Irgendwie gefällt mir das ja nicht so. Mit dem Schild. Was hab ich denn sonst hier noch? Bekleidung, Schriftrollen, Harmonie... Nee... Waffen! Oh, Kischadol... Stahl, Schreitkolben... Das war natürlich Fehl. Sieht mal, Schreitk! Ah... Sieht mal, Schreitk! Sieht mal, Schreitk! ähm hier bitte geh doch down wo ist dieses arsch gullumai glaub ich ja jetzt nicht verdammt viele fallen okay what the fuck lydia wo geht denn dieses gullumai kai hin ähm hilfe wie komme ich hier wieder hoch ich muss lydia helfen gullumai kai bleib stehen doch das ist nicht so schlimm wie es aussieht halt das Die Lüdiah in der Ruhe! Lüdiah! Warte, helpt! Ok! Neue Stufe! Gesundheit! Verbessern! Dann schwere Rüstung! Blocken! Zweihändig! Nee, das ist nicht mein Problem. Ähm, besser gesagt, bist du bereit? Ähm, Lydia, geht's dir gut? Wo ist sie, Lydia? Okay? Okay? Bäm! Wat? Na, kluser Garnettstein. Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Ähm. Sprecht sofort! Okay, aber ein bisschen plötzlich. Ihr sagt den Namen, also müsst ihr ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt. Carlea ist die Diebe, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie auch Mercer abgesehen. Und ihr helft dir? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Okay. Ihr müsst mir glauben. Wo ist Carlea jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut-Golden-Granzen. Okay. Sagt Mercer, dass ich für ihn Leben mehr wert bin als tot. Geht doch. Hättest du uns doch gleich sagen können, dann hätten wir uns nicht eine halbe Stunde hinter dir herschleichen müssen und Leute umschlagen. Mann, 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 war das hier ein Massaker. über All Leichen. Der Weg ist gepflastert mit Leichen. Zur Glück kann ich hier gehen. Ich möchte nicht wissen, wie das sie in ein paar Tagen hier riecht. Was ist denn hier hinter? Flammen. Okay. Wie du willst. Bam! Durch deinen Schädel. ja auch Gott hat ne das kann ja nicht da ja ernst sein Mann, Mann, Mann Scheiss Teil Okay, hier wieder aus dem Lagerhaus Oh, da sieht Goulomai sehr ähnlich aus Wird aber wahrscheinlich nicht so ein Drecksack sein Okay, zurück geht es wenigstens ein bisschen flotter Falls ich denn rennen kann Was knackt und knarzt denn hier so? Magierrobe Edle Kleidung Ausnahmsweise nehme ich das mal mit Ne, die ist leer, haben sie uns angezeigt Ja, die Fackel, die braucht hier eh keiner mehr Hier sind allerhand Rüstungen Brauche ich aber allerdings nicht Von der Ziege hat sich hierhin verirrt Das war dein letzter Ausfluch Ja Ich bin ein Ziegenmörder Höhlenbärenpelster ist was wert? Ja, Jagdtrophäen Also ich weiss nicht Ich bin ja nicht so für Jagdt